In der Bibel ist es der alttestamentarische, bestrafende Gott. Das sind diese Wesen, die ihren Willen exakt so haben wollen und von ihrer Sklavenspezies ausgeführt sehen wollen. Seht euch die sehr spezifischen, detaillierten Dinge, die Gott von Leuten in der Bibel verlangt. Bring bestimmtes Essen, mach diese Dinge exakt so. Warum sollte der Gott der Schöpfung uns solche Befehle geben? Die Götter waren ziemlich eitel und wollten ihren Willen zu jeder Zeit und an jedem Ort ausgeführt sehen. Diese Wesen würden von Menschen nach all diesen Dingen verlangen. Wenn man sich die Geschichte von David und Goliath ansieht, das ist eine Allegorie, dass die Menschen die Halbgötter immer härter herausgefordert und bekämpft haben. Moderne Religionen sind Überbleibsel aus dieser alten Zeit, in der die Halbgötter bestimmte Leute in Machtpositionen setzten und die Priesterklasse erschufen, damit sie die Gesamtbevölkerung effektiver kontrollieren können. Und wen sollte man als Götter anbeten? Diese außerirdischen Wesen. Weil sie einem Gefallen gewähren würden, wenn man das tut, was sie von einem verlangen. Und dafür bekam man etwas mehr Essen, ein paar mehr Decken oder ein besseres Haus, wenn man ihnen gehorchte und keine Fragen stellte, wie ein guter kleiner Sklave. Ich werde ein paar Leuten vor den Kopf stoßen. Mir egal, ob sich jemand darüber aufregt, ob hier im Raum oder die, die das Video sehen. Ich stehe ein paar Gruppen, die meiner Meinung nach die menschliche Sklaverei am Leben halten, sehr ablehnend gegenüber. Religionen sind eine von denen, besonders Priesterklassen. Warum? Wann hört man diese Leute gegen den Polizeistaat, der in unserer Kultur wuchert, sprechen? Wann sprechen diese Leute darüber, dass ungezügelte Sklaverei falsch ist? Wo sind die Leute? Nein, darüber sprechen sie nicht. Sie wollen dich in der Kirche, Moscheen oder Synagogen haben, damit du so viel Geld wie möglich in ihr System einspeist. Sie werden nie etwas gegen Fatih Staat sagen. Kein Stück. Denn wenn sie es täten, dann würden sie ihren steuerbefreiten Status verlieren und dann würden die Steuerfahnder hinter ihnen Herr sein, wie hinter jedem von uns. Das sind keine heiligen Männer. Nichts dergleichen. Die Leute, die das große Werk verrichten, um die Menschheit über die Sklaverei, die beendet werden muss, aufzuklären, sind die heiligen Männer dieser Welt. Nicht diese Leute, kein Stück. Wenn ihr die Ähnlichkeiten nicht selber seht, dann weiß ich nicht, was ich euch sagen soll. Ich bin sprachlos, wenn ihr das nicht seht. Könnte es noch klarer sein, dass sie die Götter simulieren? Das spricht für sich selbst. Wenn ich was dazu sagen muss, dann ist wirklich was falsch. Das ist nun etwas, wo die modernen Mysterientraditionen und Geheimgesellschaften herstammen. Weil die Götter diese Tempel des Wissens installiert haben, wo sie einiges Wissen an wenige weitergaben, um die Masse von Leuten zu kontrollieren. Eine hierarchische Struktur, die auf geheim gehaltenen Wissen basiert. Okkultem Wissen. Daher kommen die modernen Geheimgesellschaften aus der alten Welt. Und von dort aus kommt man zum dunklen Okkultismus, wie Satanismus, dunklen Luziferanismus, wie Bruderschaft des Todes und die Bohemian Grove etc. Die dunkle Variante der Illuminati. Was die Erleuchteten bedeutet. Aber sie sind nicht erleuchtet. Sie sind Betrüger. Die wirklich Erleuchteten erzählen den Menschen, was wirklich auf diesem Planeten vor sich geht, weil sie das Wissen haben und es mit den Leuten teilen. Sie sind die Erleuchtenden. Sie sind Erleuchtende, die das Licht den anderen bringen. Diese Clowns erleuchtet zu nennen, ist eine Fehlbezeichnung. Da sie höchstwahrscheinlich alle Satanisten sind. Daher kommen diese Gruppen her. Das Wissen wird zurückgehalten und nur wenigen erzählt, um bessere Kontrolle zu haben und sie kommen mit diesen modernen Gesellschaften an die Oberfläche. into the modern world as these different dark orders.